Wir sind hier in Stockelsdorf und biegen mal da rum an. Wir sind hier in Stockelsdorf. Wir sind hier in Stockelsdorf. Wir sind hier in Stockelsdorf. Wir sind hier in Lübeck. Das ist jetzt die Ausfallstraße Richtung Sägeberg. Wir biegen jetzt hier rechts ab. Wir sind hier in Stockelsdorf. Wir schauen uns mal Stockelsdorf an. Die freie Fläche vor der Kirche. Vielleicht wird das eine Moschee. Mal sehen. Wir sind hier im Zentrum von Breschleimau. Wir gehen hier. Nach links am Breschleimau. Wir gehen hier in gleiche Region. Das ist hier in Stockelsdorf. Wir gehen hier hin. Kielod, Darm, Tang, Ney, Siehort, Ahrensdorf. Wir sind hier in Stockelsdorf. Das war's für heute. Die alte Mühle, den Stommelzahn, die Hong-Zi-Kau. In der Jebsen brauchen wir zwei Hunden sogar. Pus-Hau, Döntang, Nam-Ma-Song-Dur. Die beiden Schnacken, den Song-Kon-Bak-Wau-Gang. Rechts nach Ahrensböck. Liao-Kwa, Ha-Tan, Ahrensböck, Ni-Yang-Mi-Hana-Han, Kong-Kong-Kyalaman. Klaue-Han-Han, Döntang, Yen-Yang-Kama-Kam-Ka-Zang. Ong-Zung-Ben-Kyauk-A-Kona-Tan. Klaue-Han-Han-Han.